Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 43 von Simotrans Kooperation. Ja, sind wir wieder drin im Spiel. Michael hat uns geschrieben und zwar sollen wir nach Mannheim gehen. Und da fangen wir an. Mannheim, das müsste doch dann da irgendwo Richtung Speyer auch sein. Denn da denke ich mal, wird da irgendwo was bauen wollen. Ja, Speyer liegt gleich daneben. Gut, das hier ist Mannheim. Gut, oh da ist was klein, das machen wir doch besser groß. So, okay. Ein bisschen rauszoomen, oder? Ne, raus nicht rein. Gut, haben wir auch. So, was hat der Michael denn geschrieben? Der Warnhof kommt noch ein Postkasten, damit auch weitere Gebäude... Ein weiteres Gebäude haben wir dann wieder in der Abdeckung. Gut, Postkasten hier. Können wir gleich da hin machen. Wunderbar. Gut, das haben wir. Und dann wahrscheinlich geht es irgendwie anders weiter, ne? So, dann verlängern wir das Gleis nach Norden. Hier ist wohin? 544,12,81. Okay, schon reserviert, sagt er. Haben wir. Gut. So, Bahnhofverlängerung. Haben wir auch gemacht. Und wie geht es weiter? Nun nach Westen, über den Rhein, dahin. Haben wir. Und da ist auch schon Speyer, guck an. Nördlich des Rathauses gibt es ein 6er Bahnhof, haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der Bahnsteig dahin. 6, haben wir auch. Das Rathausstraße verlängern wir westlich ans Gleisbriefkasten. Und der Briefkasten ist da. Haben wir auch. Gut. 520,12,95. 520. 12,95. 520,12. Was? Nochmal. 520. Siehe. 12,93. 12,95. Nach dahin also. Ich hoffe, das ist so richtig. Aber wenn das da steht, glaube ich das ja auch, ne? So. Eine 55er Brücke kommt da rüber dann. Diese Brücke hat nicht die benötigte Spannweite. Diese auch nicht. Habe ich was falsch verstanden? 520,12,95. Habe ich die falsche Brücke? Ja, ich habe die falsche Brücke. Alles klar. So. Passt. Hat schon Bange, ne? So. Das haben wir. Gerade an die Strecke anschließen. Machen wir auch. Aber fertig. Sicherungssignale nicht vergessen. Also einmal da und einmal da, würde ich sagen, ne? Von Speyer aus bauen wir weiter in die westliche Richtung. Bis wohin? 478,12,93. Äh. 478,12,93. Wunderbar. Passt doch. Haben wir. Der Buckel bei 4,7, muss weg. Buckel weg. Ist das da? 77. Ja, passt. Dann geht's weiter. 75,12,93. Haben wir. 4,58,12,71. Ja, da oben ist schon was. 4,78. 4,78. Äh. Ne, da hab ich jetzt was falsch. 4,75. Ne, haben wir auch 4,58. Was bin ich denn mit 78 unterwegs? 4,58. 12,71. Da schließen wir das jetzt an. Passt. Zwei-gleisig bis nach Kaiserslautern. Und da kommt ein zweigleisiger Bahnhof dann hin. So. 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 Passt. Kurz einmal reinzoomen, ne? Dann sieht man das besser. Ja, ist richtig. Vielleicht dahinter noch eingleisig werden. Ich weiß nicht. Ich mach's mal. Ach, ich mach mal noch ein Stück weiter. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Und hier machen wir so. Und da machen wir auch so. Dann machen wir hier ein Auswahlsignal für den Bahnhof hin. Genauso wie da auch. Ich denke, das ist bestimmt so richtig und gut. Können wir so machen, ne, oder? Obwohl, war schon ein bisschen knapp. Können wir noch zurück? Ne, können wir nicht mehr. Schade. Ich mach's dann mal ein Stückchen weiter hier rüber. Und das löschen wir wieder. Und dann machen wir da noch ein Signal hin. Dann fahren die auch passend da lang, ne? Und das so. Ich glaube, Mittig können wir noch einstellen. Ja, das war jetzt vollkommen verkehrt. So ist richtig. Passt, oder? Da machen wir noch ein Signal so hin. Obwohl, ist das gut? Ist das schlecht? Das schreibt der Michael. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und das Stuttgarter Depot? Na, nö, da steht nix. Da können wir das alles so lassen. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir das Stuttgarter Depot haben. Das ist hier irgendwo. Ach so, Linie erstellen vielleicht erst, ne? Gut, dann müssen wir die Lupe haben, sonst kommen wir da nicht rein. So, das... Ach, hier steht einer drin. Da hat er irgendwie geschrieben. Den löschen wir, glaube, ne? Hat er verkauft. Genau, machen wir auch. Okay. Anhängen. Ach so, ne, verkaufen müssen wir das auch noch. Habe ich gar nicht gemacht, ne? Lock, genau, weg. So, und dann... Anhängen. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Und ein. Haben wir. Fahrplan. Fahrplan hat der Michael Mannheim, Speyer, Kaiserslautern. Ist das hier schon? Meinheim, Speyer, Kaiserslautern. Äh, da lang. Und dann nochmal wieder nach Speyer, oder? Passt. Neue Linie. Fangen wir mal mit Kaiserslautern an. Ach so, nicht ausschreiben vielleicht, ne? KL war Kaiserslautern, ne? Hat der Michael auch geschrieben, genau. Speyer kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie, glaube, auch gesehen, so ein Autokennzeichen. Und Mannheim kenne ich, aber das habe ich schon mal gesehen. Da muss noch ein Leerzeichen hin, ne? Genau. Passt. Und starten. Da müssen wir gerade mal hier hin. Und... Der fährt auch in Mannheim los, dann passt das schon. Gut, okay, das haben wir. So, dann bei der Gegend hat er einen Sprung nach Freiburg, hat der Michael geschrieben. Warte mal, wir sind jetzt hier bei Stuttgart. Ja, gehen wir erstmal südlich rüber. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier nach Südosten gehen, dann müssten wir da irgendwo hinkommen, oder? Oh, das ist bestimmt hier schon der Bodensee. Ist er das? Ist der Rhein, ne? Man muss hier irgendwo Freiburg sein, da ist es auch schon. So, was hat er da gemacht? Der Bahnhof auf sechs Felder nach Norden, erweitert mit einem Postkasten bei 406, okay. Achso, nur erweitern den Bahnhof. 3, 4, 5, 6. Und der Postkasten ist da und soll wohin? Ähm, 406 haben wir, 623. Äh, 616, 23 passt. Habe ich gemacht. Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, soll ebenfalls einer den ganzen, dann müssen wir wieder nach Stuttgart, ne? Stuttgart ist da. Äh, da müssen wir gerade noch die Lupe haben. Äh, ne, Lok. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, einer. Gut, und das Ganze auf Freiburg, Karlsruhe, Mannheim. Freiburg, Karlsruhe, Mannheim. Starten wir. Das ist prima. Können wir gerade aufmachen. Wo fährt er als erstes hin? Karlsruhe, dann fährt er nach Mannheim. Okay, das können wir so lassen. Äh, Linie, die Saxonia muss da jetzt runter. Freiburg, Karlsruhe, Mannheim. Details. Äh, das war hier Ausmuster, ne? Ja. Gut, die fährt jetzt gerade nach Freiburg runter. Okay. Ich glaube, dann klappt das auch ganz gut mit dem... Der würde runterfahren, der andere fährt hier nach Karlsruhe, ne? Der steht jetzt da, warum? Und der steht jetzt auch da, auch blöd. Äh, warum fährt der denn nicht? Kommt da gerade was entgegen? Nein, der fährt noch vorwärts. Okay, da gibt es noch eine Abbiegespur. Vielleicht klappt es dann doch. Irgendwie läuft da ein klein bisschen was schief. Aber der fährt oben rum, ne? Ich glaube, ja. Okay, der fährt auch weiter. Dann klappt das ja noch. Äh, kurz nach Heilbronn, schreibt der Michael dann. Heilbronn, Heilbronn ist da. Was sollte in Heilbronn passieren? Erdarbeiten. Erdarbeiten haben wir auf. Sind das fünf... ...anheben. Wahrscheinlich dann hier. Äh, Felsbesitz und kann da ja nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, das müsste so gehen, ne? Ist das so richtig? Gucken wir mal. Sieht gut aus. Haben wir's? Passt. Postkasten ist vorhanden. Gut. Äh. Das können wir zumachen erstmal. In Darmstadt ist gleich zwei Felder nach Westen ausziehen. Darmstadt ging hier hoch, oder? Okay. Darmstadt, ja. Eins, zwei haben wir gemacht und dann wird da auch ein Sechser Bahnhof wahrscheinlich hin müssen, oder? Da haben wir auch ein Sechser, aber hier fehlt auch noch ein Postkasten. Und der soll wohin? Westlich. Postkasten ist da, passt. Nochmal Stuttgarter Depot, okay. Ordentlich klappt das hier alle so, weil wir staunen uns jetzt gerade. Fahren die denn auch alle weg? Okay, der fährt jetzt da lang. Äh. Hat der irgendwo eine Ausweiche? Ich glaube nicht. Da haben wir gleich ein Problem. Der hier runterfährt. Kann nirgendwo ausweichen, ne? So sieht's aus. Dann wird der ewig da in dem Bahnhof warten. Ist auch klar. Hm, dann machen wir das so, dass wir hier, denke ich mal, ein zweites Gleis ranzaubern. Oder? Ja. So und so. Und das können wir dann eigentlich erstmal wegnehmen, oder? Denke ich mal, ne? Ist das ein normales Signal, oder? Ja, ist ein normales Signal. Das nehmen wir dann mal weg, weil wir haben ja da den Ersatz. Gut. Okay. So, das passt dann. Der fährt da hinten lang. Der dreht wieder um. Das ist auch okay. Ich hoffe, dass dann der andere bis dahin vorfährt. Macht er natürlich nicht. Sehe ich schon. Warum nicht? Oder biecht da vorher einer ab? Nee, geht auch wieder nicht. Das heißt, wir müssen hier noch eine Ausweichmöglichkeit bauen. Oder fährt er nach Norden weg? Kann auch sein. Der steht da, aber fährt nicht. Warum fährt er nicht? Äh, bitte einmal die Lupe. Und... Na, der will nach da unten hin. Alles klar, deswegen geht das nicht. Schade. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann hier mal gerade noch ein zweites Gleis basteln, ne? Und Signale da dran. So. Und das eine kann weg. Gut. Sollte der eigentlich fahren können, oder? Warum fährt der nicht? Der fährt jetzt bis dahin. Komm schon. Warum fährt der nicht? Puh. Schwierige Geschichte, ne? Mach mal die Lupe an, bevor wir hier irgendwas hinbauen. Machen wir gerade ein bisschen schneller. Ah, jetzt hat er es verstanden. Weil der auf dem Gleis erst ist. Okay. Jetzt funktioniert das auch. So, jetzt brauchen wir aber noch einen zweiten Zug. Wo ist das Depot da? Und zwar den. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einen. Und der sollte auf die Linie... Was war das? Darmstadt. Haben wir eben gebaut, ne? Darmstadt, Heilbronn, Stuttgart. Da ist er. Starten. Und... Das nochmal auf. Darmstadt ist ein bisschen höher. Und die auf. Und Details. Und... Ausmustern werden leer. Der unten nach Sachschon Freiburg ist schon weg. Der fährt jetzt nach Stuttgart, oder? Ja, okay. Das ist alles prima. Kann er ja machen. Gut. Ich glaube, das können wir dann alles zumachen. Und alles, was wir hatten, hat... Alles, was er Michael gesagt hat, haben wir gemacht. Die Sachschon haben wir ausgemustert. Passt. Gut. Wunderbar. Okay, dann... Wollen wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir das vorhaben. Der kommt schon da zurückgefahren. Die sind da ja vorbeigefahren. Der müsste jetzt hier nach Norden abbiegen, will ich hoffen. Das ist er auch. Und hier müsste eigentlich einer unterwegs sein, Richtung Freiburg. Oder... Nicht, kann auch sein. Ne, ich glaube, der ist oben nach Mannheim. Er ist noch unterwegs. Ja, super. Das klappt nicht. Dann müssen wir da oben wohl noch eine Auswahl hinmachen. Gehe ich mal von aus. Die treffen sich da unterwegs gleich irgendwo. Oder auch nicht. Oder aber er fährt... Ne, fährt er nicht. Ach, ist gar keiner unterwegs hier? Ne, dann passt es ja. Ist der andere schon durch? Ne, oder? Dann müsste er jetzt hier sein. Doch, der ist schon durch. Wunderbar. Ne, dann... Ich dachte, der wäre noch nicht durch. Ist er aber, dann müsste alles klappen, soweit. Der fährt da hin. Das ist auch gut so. Und der Darmstädter... ...muss der hier irgendwo gleich abzweigen. Macht er auch. Und da gibt es eine Ausweiche. Ich glaube, das klappt auch von der Entfernung her. Der fährt gerade hoch. Aber der wird ja oben auch entladen und dann nicht mehr da sein, glaube ich, oder? Da wäre noch eine Ausweiche. Gut, okay. Haben wir geschafft, würde ich sagen. Hier alles prima. Naja, nicht ganz. Da stehen schon die ersten Häuser neben. Liste. Wartend. Aufsteigend. Erlangen. Warten ganz viele. 480 über Frankfurt Rathaus. Da haben wir aber letztens noch einen Zug draufgesetzt. Und Würzburg. Das ist ja alles die gleiche Strecke. Das, will ich hoffen, amortisiert sich dann mit der Zeit. Genauso wie hier. Haben wir auch drauf gemacht. Hannover sieht auch so aus. Da kommt gerade ein Zug an. Keine Ahnung, wo der hinfährt. Was ist das für einer? Göttingen, Karlsruhe, Würzburg. Okay. Der dreht dann da auf die Stelle, ne? Na, dann lass das mal so. Okay. Da sind natürlich noch einige Leute unterwegs dann. Aber es wird auch passend weniger, denke ich. In Hamm ist auch viel los. Aber die wollten da alle in die Stadt, ne? Ja, mit den Pferdchen und so, ne? Schwierige Geschichte. Gut, okay. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal so. Nochmal einen Blick. Ah, da unten wird es dann so wenig. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das passt. Unsere Züge, beziehungsweise Fahrzeuge insgesamt. Gewinn. Okay, der ist noch nicht so toll. Der ist neu. Der ist auf der westlichen Rheinschiene unterwegs. Das wird sich ja jetzt vielleicht verbessern, dadurch, dass Kaiserslautern da unten auch angeschlossen ist und so, ne? Über Speyer und so. Können da ja mal gerade hier nochmal gucken. Das Netz müsste doch jetzt gewoben sein. Achso, wir haben ja auch noch... Hm. Ja. Die Verbindungen stehen ja jetzt alle. Das heißt, da wird sich auch mehr tun. Und hier müssen wir nochmal übersetzen und... Hä, hä. Unser Düsseldorf ist noch nicht angeschlossen. Aber das müsste auch gehen. Okay, dann würde ich aber auch erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 十 haiisch. Yeah. Tschüss. Wenn die Folge wieder reichen. Dann.